Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle bisher gut in den Tag reingestartet. Momentan traden wir ungefähr 19.400 US-Dollar. Wir haben es gestern ganz kurz über die 20.000 US-Dollar-Marke geschafft, wurden aber dann sofort wieder rejected. Wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns im heutigen Video an. Schaffen wir es sogar in dem Bereich der 21.000 US-Dollar. Ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, schauen wir uns das alles in Ruhe an. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt. So, dann würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 20.000 US-Dollar haben wir gestern ganz, ganz kurz geknackt. Wie gesagt, wir sind dann hier in dieser 4-Stunden-Supply-Zone. Wurden wir sofort wieder rejected, sieht man hier ganz gut. Plus der 200er SMA ist hier auch noch in dieser Region, also auf dem 4-Stunden-Chart. Und ihr wisst, der 200er SMA ist es hier diese lila Linie für alle, die neu auf dem Kanal sind. Ist eben ein signifikanter Widerstand auf dem 4-Stunden-Chart. Es ist wichtig, da wirklich mal einen richtigen Close drüber zu haben, beziehungsweise den über mehrere Stunden zu bestätigen. Und gleichzeitig einen nicht so hohen Errors-Eye zu haben. Und das hatten wir eben hier. Wir waren hier schon wieder bei knapp 60. Und das ist meines Erachtens für ein 200er SMA schon wieder einigermaßen zu hoch. Dann eben die 4-Stunden-Supply plus unser riesiges Fording-Wedge-Chart-Pattern, was hier eben auch noch im Gespräch ist. Also das müssen wir auch noch im Auge behalten. Auf manchen Kanälen habe ich schon gesehen, sind wir da schon ausgebrochen oder wurde schon gesagt, wir sind ausgebrochen. Bei mir nicht. Hat aber den Aspekt, um mal ganz kurz hier in den Daily-Chart reinzugucken. Wir sind hier einfach, ich habe einfach die Wicks genommen. Manche nehmen einfach nur die Kerzenkörper. Und dann seht ihr, sind wir noch mal wieder oder fast genau auf den Dollar genau wieder rejected worden. Also es wird langsam sehr, sehr interessant, sage ich jetzt mal hier in dieser Region. Long-Position bin ich gerade am überlegen, ob ich eine aufmache. Nur mir ist das gerade ein bisschen zu unsicher. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal das FIP-Level von unserem letzten Hoch hier bei ungefähr, was war es denn, 22.800 US-Dollar ziehen bis zu unserem Low bei ungefähr 18k, haben wir Luft bis zum Golden Pocket bei ungefähr 21.000 US-Dollar. Und das habe ich ja eingangs vom Video schon erwähnt. Die 21.000 US-Dollar ist dieser Bereich, den ich auf jeden Fall im Auge behalten werde. Aufgrund des Golden Pockets, wir haben hier noch eine Ineffizienz, die wir noch zu füllen hätten. Weshalb es hier wirklich möglich ist, dass wir uns hier nach oben hin begeben. Wir hätten dann unser Breakout aus diesem Fawning Vetch. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es wirklich ein nachhaltiges Breakout ist. Ich glaube dann eher, dass wir weiterhin in Richtung der 17.400, 17.500 US-Dollar gehen. Wir haben neue Pivots. Das sind jetzt die Weekly Pivots. Wir können uns ganz kurz auch mal die Munfley Pivots, ach ne, ist sogar der Munfley, die ist sogar voreingestellt. Gut, an der App war es Weekly. Aber egal, das sind jetzt die neuen Munfley Pivots. Passt eigentlich ganz gut. Wir müssen auf jeden Fall über die 20.100 US-Dollar da, wo wir eigentlich gestern rejected worden sind. Aber der Munfley S1 Support unten liegt bei ungefähr 17.400 US-Dollar. Und diese Zone sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir hätten dann das tiefere Tief, worüber wir schon seit Wochen im Endeffekt sprechen. Noch mal die Liquidität unten abgrasen. Wir könnten von mir aus auch noch ein bisschen runter in Richtung 17k. Alles nicht so schlimm. Und dann einen neuen Versuch nach oben hin starten. Aber dieses Golden Pocket, das ist jetzt erstmal so der erste Bereich, wo ich sagen würde, okay, der erste Anlauf, sollten wir uns jetzt hier noch ein bisschen stabilisieren, vielleicht noch mal ein bisschen Liquidität tanken wollen für einen möglichen Short-Impuls, müssen wir uns auf jeden Fall dieses Hoch hier oben holen. Hat den Aspekt, ihr seht auch hier, die 4-Stunden-Candle war mit sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, hier oben ist sehr, sehr viel Short-Selling-Pressure reingekommen. Das heißt, viele haben hier oben ihren Stop-Loss liegen. Deswegen dieser Bereich hier oben, die 21.000 US-Dollar, auf jeden Fall im Blick behalten. Mögliche Long-Positionen werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen. Aber ich bin eher weiterhin Short-orientiert. Für mich spricht nichts Bullisches, sage ich mal, an momentan. Die Nicht-CPI-Daten, ihr wisst, was ich meine, die Vorhersagedaten waren jetzt gestern auch sehr, sehr übel. Also es ist wieder angestiegen, obwohl Prognosen wiederum ein bisschen anders waren. Also es deutet momentan nichts auf wirkliche Entspannung hin. Und die Zahl nimmt halt eben auch die FED für ihre zukünftigen Zinserhöhungen. So, dann Ethereum. Im Endeffekt gleiches Spiel. Auch hier haben wir mehrere Ineffizienzen noch zu füllen. Also wir haben ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Hier dieser Bereich, die 1.415 US-Dollar, sind einfach der Bereich, den es irgendwann mal zu knacken gilt. Beziehungsweise hier diese Ineffizienz noch zu schließen. Ansonsten wäre der nächste erst hier bei 1.555. Auch hier, mal ganz kurz zur Richtigkeit, das FIP-Level dazugezogen. Schauen wir uns einfach mal an, wo hier das Golden Pocket liegt. Und es würde auch mit dieser oberen Ineffizienz bei ungefähr 1.570 US-Dollar übereinstimmen. Ob wir jetzt wirklich hier diesen krassen Impuls nach oben bei Ethereum sehen. Also wir müssen hier jetzt wirklich von 20% Steigerung ausgehen, um das Golden Pocket zu erreichen. Wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Wenn wir bei Bitcoin nur 10% sehen, werden wir bei Ethereum keine 20% sehen. Deswegen weiterhin hier der erste Step, die 1.415 bis ungefähr 1.450. Aufgrund hier dieses neuen Monats-Pivots, der sehr, sehr interessant werden wird, meines Erachtens nach. Plus auch hier der 200er SMA, der sich hier auf dem 4-Stunden-Chart so langsam in diese Region begibt. Momentan bei ungefähr 1.490. Dauert auf jeden Fall nicht mehr lang, dann sind wir hier im Bereich des Pivots. Und dann auch hier wieder schöne Übereinkunft des Monats-Pivots. S1 als Support bei 1.100 US-Dollar. Auch die Zone haben wir schon des Öfteren immer wieder durchgesprochen, dass die Zone so langfristig wirklich nochmal angelaufen werden könnte. Und auch hier dicker, dicker Support herrscht. Also ihr seht, für den Monat, die Pivots passen auf jeden Fall sehr, sehr gut überein. Entweder mit Support-Zonen oder auch mit Widerstandszonen. Also es könnte ein interessanter Monat werden. Wir gehen jetzt ins letzte Quartal. Letzte Quartal bin ich davon überzeugt, dass wir möglicherweise einen Boden bilden. Also jetzt zwischen Oktober und Dezember sollte irgendwann der Boden drin sein. Dann, kurzer Blick zu XRP. Wir haben hier die Ineffizienz in Gelb, haben wir erst einmal gefüllt. Deswegen machen wir die mal weg. Huch, Wecker. Machen wir die mal ganz kurz weg. Ineffizienz wurde gefüllt. Seitdem gab es wieder bullische News bei XRP gegen die SEC. Das hat im Kurs natürlich wieder beflügelt. Dadurch haben wir wieder eine neue kleine Ineffizienz bei ungefähr 0,45 gebildet. Trotzdem, also langfristig, ganz ehrlich, bin ich weiterhin bullish bei XRP. Kurzfristig kann ich mir trotzdem nochmal so einen kleinen Breakdown hier weiterhin in die Region um 0,41 bis 0,39 auf jeden Fall nochmal vorstellen, um diese Supportzone und hier auch dieses Void nochmal zu füllen. Also das ist weiterhin die Zone, wo ich sage, da müssen wir drauf auspassen. Kurzfristig seht ihr hier diese krasse Volumencandle, die wir hier gebildet haben mit diesem Pump. Hier oben liegt eine Menge Liquidität. Dafür gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, schauen uns das an. Dieses Hoch wurde noch nicht abgeholt und hier war eine Menge, Menge Liquidität hier oben. Das heißt, was ich hier Ausschau halten werde, dass wir uns dieses Hoch hier nochmal abgreifen, beziehungsweise noch ein paar andere Hochs hier drüben, weil wir hier echt noch eine Menge Volumen hier oben liegen haben. Auch der Bereich um 0,56. Also momentan reinschorten, nur mit sehr, sehr engen Stop-Loss. Bei diesem Hoch wäre eine Möglichkeit bei ungefähr 0,51 wegen dem Volumen hier das Volumen abgreifen und dann sage ich mal nochmal eine Kehrtwende hier nach unten in dem Bereich von, ich sage jetzt mal 0,43 zu bekommen oder 0,45 wäre der erste Take-Profit, sage ich mal hier in diesem Bereich bei unserem neuen Monats-Pivot. Ansonsten, XRP langfristig jetzt aufgrund der ganzen SEC-News und alles, was da läuft, bin ich auf jeden Fall erstmal bullisch eingestimmt. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, dann schauen wir uns das immer im Laufe der Woche an, also scheut euch nicht, unten in die Kommentare irgendwas reinzuschreiben, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt. Dann, kurzer Blick noch auf Cardano, hier sehen wir weiterhin überhaupt keine Änderungen, also große Ganze, auch nach dem Hardfall kaum Bewegung hier in diesem Bereich. Die Liquidität könnten wir uns noch holen, wir haben zwar hier nochmal diesen grünen Kasten angetatscht, aber wirklich Liquidität daraus haben wir nicht getankt, also wir sind hier weiterhin in einem Downtrend. Es tut sich hier einfach wirklich nichts. Ja, so viel würde ich sagen dazu, mehr gibt es eigentlich momentan, so zu den Kursen nicht zu sagen, mehr Konsolidierung momentan, wie gesagt, leichte Abwärts-Aufwärts-Tendenz im Laufe des heutigen Tages oder übers Wochenende und aufpassen, wie gesagt, es ist Wochenende. Geringere Umsätze, manchmal mehr Volatilität mit weniger Umsätzen gepaart, sage ich jetzt einfach mal. Also wirklich aufpassen, nichts überstürzen, Wochenende lieber genießen, wird meines Erachtens eh noch wenig passieren. Ansonsten noch ein kleiner Ding von meiner Seite aus, zukünftig wird unten nicht nur der Link von meiner Telegram-Gruppe drin sein, sondern auch der Link von Trading on Air, ihr wisst, wir haben sowieso eine Menge Kontakt und die Jungs sind auch bei mir in der Gruppe aktiv oder ich auch bei den Jungs drüben. Deswegen gerne auch bei den Jungs von Trading on Air unten vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen, die Jungs auf jeden Fall auch, machen einen Top-Job, haben auch kostenlose Signale und sowas, also gerne vorbeigucken. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, wir werden am Wochenende wahrscheinlich nochmal ein Video drehen, also wer da Bock hat, auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Dann, ganz kurz zu den News, vor allem IOTA-Hodler wird das sehr interessieren. Schimmer, alle notwendigen Antworten rund um das neue Netzwerk von IOTA. Geschrieben von Thomas, der da deutlich, deutlich mehr in dem IOTA-Space drin ist als ich und natürlich hier auch gleich alle Infos geteilt hat, also jeden, der Schimmer oder IOTA fasziniert ist, gerne hier diesen Artikel lesen, da werdet ihr auf jeden Fall aufgeklärt, wie es zukünftig weitergeht, was ist geplant. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, schaut bei CryptoGuru vorbei. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns dann, denke ich, morgen früh zu einem Update-Video wieder. Bis dahin, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, stay crypto.